Musik In die große Zeit des Wilden Westens, als die schneller blühten Städte noch täglich von kriegerischen Indianerstämmen bedroht wurden und die Farmer immer bereit sein mussten, ihr Leben zu verteidigen, führt sie einen Film von Alfred Kuh. Die Traumwelt ihrer Jugend ist Wirklichkeit geworden. Sie erleben die Helden des Wilden Westens aus den berühmten Erzählungen von Karl May in einem Film mit Weltstarbesetzung. Auf diesen Augenblick warte ich schon länger als drei Jahre. Ich danke dir, mein Freund. Winnetou ist glücklich, wenn er seinem Bruder helfen kann. Old Shure Hands. Die Geschichte eines unerschrockenen Westmannes, der mit seinem Freund Winnetou gegen jedes Unrecht kämpft. Zehn mal zehn Gewehre und fünf Kisten Patronen. Das ist ein gerechter Tausch für das Land am Teufelsraum. Eine Bande gefährlicher Desperados will sich mit allen Mitteln in den Besitz einer trächtigen Goldmine setzen. Oh Gott, Ben! Der Plan, sie haben einen Plan. Niemand wagt es, die Banditen aufzuhalten. Hast du was über den Mörder deines Bruders erfahren? Nein, leider noch nicht. Aber vielleicht höre ich heute was. Ich muss zum Richter, er hat mich bestellt. Habt ihr gehört? Der Mörder hat seine Tat gestanden. Ihr habt es doch auch gehört. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Winnetous Wort gilt sehr viel bei seinen roten Brüdern, aber vor den Gerichten des weißen Mannes gilt euer Wort mehr. Nur zu leicht glaubt die aufgewiegelte Menge an raffiniert ausgestreute falsche Gerüchte. Was habt ihr hier zu suchen? Schert euch weg! Gewalt erzeugt Gewalt. Kein Weißer darf mir das Territorium der Indianer betreten, ohne für sein Leben zu fürchten. Was auch immer geschieht, ich liebe dich auch. Tobi, ich liebe dich auch. Eine romantische Geschichte. Ein Karl-May-Film, der alle Wünsche erfüllt. Nicht bloß hier oben. Auch hier. Sieh mal an. Darf man wissen, wer hier so vernünftige Ansichten hat? Winnetou, der Häuptling der Apachen, setzt sein Leben ein für seinen Freund Old Shurehand. In einer grandiosen Landschaft erleben sie ein atemberaubendes Abenteuer. Interessant. Ich kenne eine Stelle, wofür Millionen Gold liegt. Ich bin der einzige Mensch, der die Stelle kennt. Der Frieden zwischen Rot und Weiß ist in höchster Gefahr. Mach dir um mich keine Sorgen und lass mich nicht zu lange leiden. Judith, pass gut auf dich auf, hörst du? Wenn man solche Beschützer hat, kann nicht allzu viel passieren. Old Babble und Old Shurehand sind groß in Form. Wenn ich den Leuten in der Stadt sagen könnte, wer du wirklich bist, würden sie wahrscheinlich auf dich hören. Gebt mir ja keinen Grund zum Schießen. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Ein Leben zählt nicht viel im Wilden Westen. Wie soll denn ein müder Krieger dabei schlafen bei dieser Knallerei? Ewig geht es. Bumm, 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 bumm. In den unterirdischen Grotten und den einsamen Hütten suchen Winnetou und Old Shurehand, den Boss der Bande und sein Hauptquartier. Fängt das schon wieder an? Old Shurehand ist wirklich der größte. Und wenn jemand Damenbedienung vorzieht, bitte. Hier wird jeder Wunsch erfüllt. Höhepunkte ohne Beispiel bringt dieser einmalige Film. Das sind die historischen Vorbilder der englischen Eisenbahnräuber. Nur arbeitete man damals noch etwas geräuschvoll. Patronen, Stellung! Keine Sorgen. Old Shurehand greift ein. Und Winnetou ist auf dem Posten. Wir garantieren Ihnen... Viel Spaß. Ich habe eine Verabredung. Old Shurehand kommt zu Ihnen, meine Damen und Herren. In Ihr Theater. In Ihr Theater. Vielen Dank.